Einige dann, äh... Tot? 2-3-2-3, ne? Ja, bei mir hat das ungespackt, deswegen. Die sind schon drin, die sind schon drin. Ich konnte nicht mehr zubauen, aber dieses Garagentor habe ich zugemacht. Die sind schon vorne beim Eingang. Also durch die erste Tür sind sie durch? Ja, durch die erste Tür, durch das Garagentor und unten, wo man runter springt, da sind sie jetzt drin. Okay. Die Waffen hinten sind mit, ähm, beim Bauschrank ist noch sicher und davor auch die Werkbank. Unter der Werkbank sind die Waffen. Alles klar. Und die schießen weiter. Ja, ja. Scheiße. Pablo Abello heißt einer. Ja, das sind die. Ich habe jetzt 210 Sekunden Wartezeit. Mist. Also ich habe nichts im Hallen, da ganz hinten. Ne, da ist noch nichts, außer Stoff. Nimm den Stoff aus dem Bauschrank. Ja, das ist ja eine spannende Folge 15, die ja gerade beginnt. Hallo, willkommen. Wir werden geradet. Jo. Wie viele Spieler sind es denn? Wisst ihr das? Ja, zwei habe ich auf jeden Fall gesehen. Ey, es sind nur zwei. Nur zwei? Ja, dann müssen wir ja wohl. Los, lad, schneller. Ja. Aber die müssen jetzt nur noch die eine, ähm, ja, das eine Garagentor aufmachen, ne? Dann sind die bei den Schlachtessen. Und Komponenten sind es da auch schon drinne? Ja, da, da müssen sie auch noch rein, ja. Nein, die haben unser Essen geklaut. Was ist das Essen, Alter? Ja, dann sind die, dann sind die ja bei dem, beim Saal der Werke. Dann sind die da schon durch. So schnell durch so viele Türen? C4, Explore Mo? Also, ich bin ja von dieser einen Insel gekommen. Und dann habe ich ja diese, ähm, dann habe ich diese Geräusche gehört. Dann habe ich euch direkt Bescheid gesagt. Aber ich weiß natürlich nicht, wie lange die da schon dran waren. Einige, dann, äh... Tod? Ich sehe das. Soll ich zumachen? Noch einer? Noch einer, glaube ich. Gehen wir mal irgendeine... Gehen wir weg, ich würde eine Waffe haben. Lüge er jetzt, ne? Ah! Rüge mich auf, rüge mich auf, rüge mich auf. Einer steht draußen noch. Ja guck, er ist, er ist rum, er ist bei mir. Gehen wir jetzt zurück und rüge mich weiter auf. Du bist, Alter, du liegst im Haufen von Leichen. Ich, 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 wir sehen ja, wenn er kommt. Ich schiebe es rein, ich schiebe es rein. Dich, 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 dich. Ja. Äh, Spritzen, hat einer Spritzen von denen? Haben wir Garagentüren gelernt oder so? Spritzen, ich habe gelernt, die sind da, wo du den, 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 den Waffenskasten reingetan hast. Da habe ich die Spritzen reingetan, über den Komponenten. Wo schießen die gegen? Ah, gegen die Wand. Ich habe noch 40 Sekunden. Ich habe noch einen Flick mal vorgegeben. Ich habe noch einen Flick, ich habe noch einen Flick. Ich habe noch einen Flick. Er war noch eine Flick. Sonstam professionell. Natürlich hier der Witzbolt pur hier wieder, mit meinem Inventar voll. Ach, raus den Scheiß. Okay, du tut doch mal die Typen genau. Okay, ich stehe raus. Nee, 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 nee. Bück dich, bück dich. Okay. Und jetzt kannst du versuchen zu looten. Ja. Oh ja, glaube ich, Karten. Ich werde den mangelbarer, brauchen wir. Die brauchen wir auf jeden Fall. Ich mache schon mal mehr. Ich weiß, dass du mal alles den Hinweis von denen genommen hast, aber dann gleich wieder heiß. Okay, Energetics, Kräfte bitte, Garagetore. Ja, ist okay, mache ich. Und einer muss die mal Garagetore operieren. Dann muss ich mal hier dran. Achso. Also, okay. Ja, mega nice, alter. Ja, super gemacht. Hey, check-ins, batsch. Hat einer von euch das Bett hingestellt? Äh, das war das Einzige, was wir hatten. Oh, nein. Nee, keine Ahnung, der hat das Bett im Momentar, ich habe mir das genommen, denke ich. Nee, ist okay, ist auch cool. Dann hat er das Bett von uns, das habe ich erst nicht gefunden. Völlig okay. Das ist egal, jetzt, ja. Ja, ich mache jetzt drei Tore. Nice, offline Raid. Ach nee, guck mal, hier ist irgendwas beschädigt. Was wir müssen, nee. Drei Tore reichen? Äh, ja, das reicht, Dicke. Okay. Ich mache drei, drei Stücke. Jetzt, wer hier irgendwo Spritzen rumliegen? Ähm, warte mal. Äh, nee, gar nicht, gar nicht. Hier haben wir vier Spritzen. Doch, doch, haben wir ja. Ja, doch. Hier sind 14 Spritzen, ich habe es doch gefunden heute Morgen, habe ich gemacht und gelernt. Mega nice. Oh, 14 Stücke, Alter. Und als ich da ganz oben, da lege ich jetzt Waffen und Spritzen und so rein. Ja. Hatten wir schon eine Doppeldecke hier drüber, oder ist das nur die eigene Decke, die wir hier über dem? Eine Decke. Okay, dann müssen wir gleich mal gucken. Wir müssen aber mit rechnen, dass die jetzt mit neuen Staff kommen und eventuell von woanders versuchen reinzukommen. Jetzt kennen sie ja den In-Hausbau. Ja, ja, ja. Ich habe ein Problem, dass die vier Wohnnoten sind. Ich will das Explore-Armor alles benutzen. Also meins, die sind ausgelutscht erst mal. Ja, auf jeden Fall haben wir jetzt Explore-Armor. So, ähm, soll ich die Garage-Und voranmachen? Ja, die können wir jetzt so geil raiden, Alter. Dann bänden wir die einfach. Ja, klar. Bis dahin, gucken, ob was drin ist. Kann ich jetzt hier rein? Ähm, gute Frage, du bist ja nackt, ich toallierst ja nichts. Ah doch, warte, dann nehmt man meine Garage-Und voran, gucke ich mal nach. Warte. So. Und der Volga. Okay. Auf jeden Fall, äh, erst mal Honeycomb bauen. Draußen sind noch welche. Ja, okay. Wie kriegen sie sich da, Alter? Ah, Mann, nice. Ich muss erst mal mich leer machen, Alter. Bin ran voll. Dann müssen wir rausstürmen gleich, Dormeis. Dann warte mal, ich brauch nen Bauplan. Bauplan ist, äh, bei, bei dem, äh, hier unter mir. Hier, ein, ein, plan. Mir ein Kriegsfenster. Ein, 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 was? Kriegsfenster. So, äh, du, äh, pass mal auf, hier, guck mal, hör mal das, Energetics, und wir versuchen jetzt raus zu, äh, stürmen. Und du musst dann versuchen, äh, da wo mal eins drinne war, von diesen Fenstern, äh, von den Garage-Toren, ähm, wieder reinzusetzen. Oh, okay, probier. Warte. Ich will mein Kriegsfenster bauen. Ein Kriegsfenster, kenn ich nicht. So, warte, ich bin bereit. Ah, geil Idee, ja. Let's go. Wollen wir irgendwie Shishouten oder so? Ähm, ich hab, ähm, ähm, so ne guten Fenster hier, von so ne Metallfenster. Guck dich mal, Dormeis. Guck dich mal, und geh mal ganz an den, an den Wandrand, da vorne. Also sind jetzt Counter Raider auch noch zugekommen. Vollworn so. Was haben wir, irgendwo Fenster durch uns? Ähm, die waren im ersten geradeten Raum. Glaube ich. Da ist nix. Oder, nee, warte mal. Nee, hinten beim Bauschrank. Beim Bauschrank in der obersten oder untersten, ähm, Kiste müsste eins von diesen Metallfenstern sein. Ähm, warte mal hier, gut, hier sind Waffen drin. Nop. Auch nichts drin. Das ist natürlich jetzt mega... Ja, egal. Ah, gut. Ja. Jetzt kommst du nicht mal rein. Was auch, mach mal die Tür auf, mach die Tür auf. Ja, guck mal. Ist clear. Jetzt könnt ihr da geht nix mal hoch und versuchen, ein Garagetor reinzusetzen. Na ja, warte. Komm, schnell. Mach mal auf, Energetix. Ja. Warte, lass mich den Code eingeben, dann hab ich ihn gleich. Mach du mal für mich lieber auf, wie kann hier hinten, bin ich ja geschützt denn. 2-3-2-3, ne? Ja, bei mir hat's umgespackt, bis hin. Boah, ist das ein neuer. Okay, er hat auf jeden Fall zwei Hits, hat er gefressen. Geht, ich hier. Ja. Das ist vier Schuss, geh raus und töte ihn. Okay. Ich lauf dir dann hinterher. Ich hab ihn, der linke ist tot. Der linke ist tot. War er auch draußen? Ich komm nackt hin. Ich helfe Liefen. Ich lauf mal um die Base rum. Oh. Geil. Hier ist es sauber. Boah, geil. Cool. Oh ja, der kommt. Ich hab noch eine Leiche. Einer Getix. Ja. Revolver hab ich. Ja, sauber würd ich sagen. Richtig sauber. Ich hab' kam von dir mit den Energetix. Oder hat die schon wer? Ne, ich hab's denn nicht. Was denn? Die haben die Energetix dabei. Die müsste draußen irgendwo liegen am Boden. Ich hab, ich hab's, ich hab's. Ah, okay. Dann komm wieder rein. Weil die hab ich wahrscheinlich verloren, als ich drauf bin. Meinst Revolver, ne? Ne. Ne, ich hab die von krank gehabt. Ich hab die. Ja, ich bleib draußen. Baut mal noch ne Tür rein hier. Oder, pass auf, bringt mal Holz und Stein. Und dann rüsten wir gleich nochmal. Gleich Honeycomb, gleich Honeycomb, ja. Genau. Und dann zeig ich, glaube ich, draußen. Und ich mach ne Tür, ne einfache. Holz. Hab ich den Bauplan hingelegt. In den Grill, ja. Auch gleich nach oben noch ne Honeycomb-Ruff. Naja, genau. Dass wir ja was zum Schießen haben, irgendwie, dass wir rauskommen. Und reiß mal der Fenster ab da hinten, bitte noch, schnell. Mach ich. Von, von wo kommen die denn ungefähr, dass ich mal wehste? Äh, ja, hinten von Launchside kommen die. Ist das links, rechts? Launchside? Launchside ist, äh, Raketenbasis. Das wäre dann... Links, links, links. Von links kommen die denn. Und das weiß ich nicht, ob die von da herkommen, aber... Also, die Tür ist fertig. Haben hier irgendwo ne Raid-Base eventuell, hinter dem Felsen hier vorne vielleicht? Ja, ich guck gleich mal nach. Ja. Ich setz die Tür jetzt eben vorne rein. Wie geht's? Ähm, da geht's schon gar nicht mehr. Versuch einfach irgendwas hinzupflastern. Also, brachialer geht's ja nicht mehr, äh, zum Start von der Folge, alter. Ja. Ah, herrlich. Geil, 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 geil. So, Tür ist drin. Ich mach mich leer und dann... Hm. Ah, da liegt ja die Leiche im Weg. Guck ich mal, wo was ist. Hm. Wo kommt denn der ganze Schrott her? Wir haben 1600 Schrott her. Ich gebarmt und wir scheitern alles. Klasse. Alter, ich dachte, da kommt einer angeräumt. Okay, ist alles weg. So. Ich bin im Weg. Warte mal. Ey, ich glaub wir müssen ne neue Base spawnen. Ich kann die ohne die ausbauen. Gut. Ja, machen wir auf jeden Fall noch. Aber jetzt erstmal so gut wie möglich versuchen. Oh, das ist ja scheiße. So, ich geh jetzt raus und guck mal nach, ob da eine Nährung was. Und hochkant oder so irgendwie setzen? Geht auch nirgends. Ist das besser? Hm, besser geht's nicht. Nicht mal Wände platzieren. Ich kann hier keine Wände platzieren. Und wenn du hier hinten, wenn du noch mal abreißt, das alles hier vorne, genau. Dass du auch noch die Pläne hier. Und von hier nach oben gehst. Eins höher baust. Ach, da nirgends, ob ich jetzt höher baue oder nicht. Geht gar nicht höher. Hm. Ja, ansonsten musst du von hier anfangen hochzubauen, denn. Aber hinter diesem Felsen ist nichts. In diesem Felsen? Wo bist du denn? Äh, geradezu? Äh, ist die Tür raus? Richtung Hügel, denn hier oben bin ich auf dem Felsen. Da bin ich auf dem Felsen. Weil hier ist jetzt nichts, weil ich jetzt mal Richtung Launch-Sidee und guck mal an, was da ist. Ich kann halt hier nicht bauen. Oh, dann, dann, oh, wenn du weiter machen kannst. Oh, sieht doch gut aus. Da geht's nicht. Ist ja okay so. Oh, ich hab bald keine Steine mehr. Nicht mit Metall. Die Seite muss hier auf jeden Fall noch. Na, die kommen auf. Ich geh mit Metall mit? Nee. Wir wollen ja eh noch Metall aufrüsten. Daher ist er jetzt erstmal, juck, gesprungen und dann machen wir nicht. Wir können die Baits jetzt einfach so lassen. Und dann bauen wir eine ordentliche neue. Ja, machen wir auf jeden Fall. Aber kriegst du die Seite hier vorne? Hier noch irgendwas hingebaut? Hier. Und höher geht nicht, oder was? Ich war nur außer dem hier. Ja, ja. Ja, jetzt geht's nicht mehr. Darunter geht's auch, aber hier geht's nicht. Warum geht's denn da nicht? Halt du Scheiße. Du müsstest hier ne, ähm, quadratische dran machen. Wenn hier, da wo die Lücke ist, dann eine quadratische an die Wand trägt. Nein, dann geht er nicht. Ja, das muss hier komplett weg, sonst geht das nämlich. Geht gar nicht. Nein. Warte mal. Kommt man halt durch? Nee, ne? Kommt man nicht. Dann ist halt okay so. Nein, gut. Dann kommt hier ne Schatkan-Tröpfel und dann wird hier einfach zugemacht, wenn der Schatkan-Tröpfel ist. Ja, ja, ja. Gut, ich geh jetzt nochmal bei der anderen Seite gucken, wenn der Einrichtung war, äh, war nix bloß. Steine. Alles klar. Gut, ja, dann mach ich jetzt erstmal Cut hier. Und, ja. Gut gemacht, Jungs. Jo. So, Teil 2. Nach dem erfolgreichen Abwehren, das Raiders Dormos hat versucht zu bauen, äh, ich sag jetzt nix. Tja. Hauptsache, das ist erstmal ein dichter Ding. Oh, ich... Oh, lol. Wir wollen jetzt... Metalle, Steine... Oh, die Tür ist noch nicht. Ach, ja. Schwefel besorgen. Eventuell mal die erste... Lol. Die erste Butze suchen, die wir aufwachen können. Dank den netten Spenden von den Herren, gerade eben. Ähm, wo bist du denn, Dormos? Gucken wir mal. Ach, da oben ist er. Eieiei, ja. Jo. Ich laufe jetzt, äh, rechts von euch, darunter. Hier steht eine Laterne. Naja, vorhin schon mal gesehen. Ja, wir haben jetzt kurz noch schnell Simis, äh, gekräftet. Also sind jetzt gut equipped. Ab jetzt können... Ach, da ist er ja schon. Ab jetzt können sie gern kommen, wenn sie wollen. Jetzt mal sehen, Dormos, wer ich... Achso, wo wohnen jetzt die zwei Typen eigentlich? Die drei, die wir gerade da waren. Ja. Äh, hier hinten, da bei L24 in diesem seichten Ding. L24. Zumindest eine Welt von denen. L, L... Ach, da unten. Okay. Die, die ich meine, ähm, ist gerade zu, wenn du weiterläufst jetzt. Ja, da hinten habe ich gesehen. Aha. Darf ich mal da vorbeigehen, gucken wir gleich mal. Die haben gestern noch ausgebaut. Die haben jetzt da, äh, eine Honeycomb. Die haben so einen riesigen Kreis gebaut. Ja, eigentlich taler Schwachs. In jedem paar Leitern hau die ran, wie ich hochwohnen darf. Eingang auch irgendwie auf der dritten Etage oder so. Eingang auch irgendwie auf der dritten Etage oder so. Wollen wir schon einer gucken, ob da wir abzugreifen sind? Ich war eben da, die Truhe ist leer. Okay. Also... Äh, wieso? Mal zu gut hier. Ack mit hier. Na, da müssen wir mal weiter hoch, damit der Heli uns nicht sieht. Mal nachgucken, ob mein Lüfter überhaupt läuft. Dein Lüfter? Ja, ich hab so einen extra Lüfter, dann wo ich anschalten kann, mit dem Schalt-Dingsbums-Nebel. Hier wäre auch mal interessant, nachher reinzugucken, ob die da auch eine Base haben. Ja. Da eben, als ich vorbeigelaufen bin und ich zweimal auf die geschossen hab, sind sie rausgekommen, haben mich verfolgt. Ach du Scheiße, ist ja voll sinnlos, was die da gemacht haben. Einfach in der Mitte rein, boom und fertig. Oh, direkt rein, ja. Direkt durch die Türen durch. Was ist die Main-Base hier denn jetzt, ihre neue? Hör mal. Ich stoppen da irgendwas. Ich hab denen wieder den Eingang weg. Okay, mach mal. Und ich halt oben ausschau, wenn sie kommen, kriegen sie eine Kugel. Hier ist auch noch eine kleine, ne? Ja, ja, halt du mal, hütt mir die Rücken frei. Das gehört hin. Ja, das ist ihre Starter-Base. Ja. Wo sie sich gestern da, keine Ahnung, wie oft getötet haben. Nicht mehr rein. Passiert auch nix, ne? Kein Mucken. Ich hab jetzt Angst, weil drei da waren. So, was machen wir jetzt weiter? Farm, oder? Äh, ich guck schon die ganze Zeit, ob da irgendwo Rzt hin. Fokus, da bist du, ne, da seid ihr. Ja, während das halt was anderes Ziel. Was? Wir können ja rüber zum Grünen da hinten. Nee, okay. Wir können mal tun. Wir können ja rüber zum Grünen da hin. Bei uns ist irgendwie nix, da sind wir alles weggefahren. Ich weiß nicht, willst du da rüberschwimmen oder nicht? Habt ihr Lowgrade dabei? Da drüben ist ein Boot. Äh, nö. Da drüben wär auch ein Pferd. Ich hab ne Crossy-Bike. Ich hab zwei Lowgrade, hab ich eben da an der Höhle gefunden. Ja, hab ich. Wir eigentlich rüberkommen. Lowgrade kommen wir rüber. Ich werd mal so nahe wirklich an das Pferd ran, und dann wird gefüllt sein. Äh, die zwei Lowgrade reichen. Äh, jetzt hol ich trotzdem ein Pferd. Warte, ich helfe dir da. Jetzt rennt's weg. Ah. Na, 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 im Wasser ist ja langsam. Paps. Ja. Einsteigen. Jo. Bis Udin, wir fahren. Ich hatte die Fahrtkarte zurück. Neulose. Oh, ne. Wir gehen zurück. Ja, dann geht die Stadt im Motor, fahr. Es kommt, es kommt, fahr. Ja. Ja, ich lass mich mal fahren. Äh, alles muss ich fahren. Ja, ja, du hast mehr Öl. Ich hab die zwei in den Tank getan. Guck dir denn? Ich dachte, wir fahren einfach rüber. Wir machen. Bitte. Herr Schöne, ich schrei. Siehste, gleich gepackt, rück nachher. Schöner drückt hier. Das Boot geht dir wieder. Das Boot geht dir wieder. Ach, das greift mich jetzt nicht an. Ah, irgendein Rufi sich da dran. Meine Fresse. Immer dasselbe, ey. Ja, der Schweine. Boah, da ist ein Stein rechts. Ein. Wo? Weiter oben ein bisschen. Hä? Der war wirklich ein Stein. Der war wirklich ein Stein. Der war wirklich ein Stein, oh Scheiß. Mhm. Hä? Da oben ist auch ne dicke Metallwäsche. Tatsächlich. Haben auf jeden Fall Ziele. Naja, dicke, naja. Hier ist schwer für mich. Arme 2 oder so. Mhm. Schon mal Raid-Ziele aussuchen. Aber ich wäre wirklich für unsere Nachbarn. Ja. Welche Nachbarn? Die ich gestern abgefuckt habe. Weil die leben ja direkt am, äh, am, äh, Trainyard. Und dementsprechend werden sie aufs Dach fahren. Die anderen Nachbarn wohnen direkt an der Launchzeit. Machen wir erstmal kleine Brötchen. Ne? In der Nähe von uns alle wegmachen. Mhm. So Launchzeit, dies kleiner, lieber ist. Vor allem erstmal Gefahrenquellen auslöschen. Meins. Okay. Ich bin ein bisschen weiter hochgelaufen. Und das noch mit Hölf. Äh, ich springe in die Höhle Schneider und hol die Hälfte da drin. Mach das. Dann fahr ich noch mal wieder hier. Was mit? Kann ruhiger mitkommen. Ich weiß nicht, wie groß die Höhle ist. Ich mag Höhle nicht, alter. Na komm, sind bestimmt nur Stachel drin. Ja genau, der ist recht nicht. Dann soll er geht nicht mitgehen, dann mach ich hier oben alles gut. Na gut, ich komm mit. Ich hab kein Licht auf der Waffe. Noch nicht. Oh, ihr Loser, ey. Doch mal nicht. Ich hab da ne Pistole mit. Äh. Wo ist denn dieses blöde Ding? Ach da. Ich denk mal, das reicht jetzt auch eigentlich für die Aufnahme, äh, für die Folge. Ähm. Ja. Ich sag jetzt Tschüss und wir sehen uns vielleicht in der nächsten Folge, wenn wir schon, äh, am raiden sind. Tschüss. 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 Musik